Energiespartipps, die wirklich funktionieren. Jetzt! Energieverbrauch von PC, TV und Co-Optimieren. Schon gewusst? Fast ein Fünftel des benötigten Haushaltsstroms entfällt auf Informations- und Kommunikationsgeräte. Doch dieser Verbrauch lässt sich senken. Erstens, einfach öfter mal kleinere Bildschirme nutzen. Die großen brauchen deutlich mehr Strom. Zweitens, sparen lässt sich auch, wenn häufiger das Tablet statt des PCs zum Einsatz kommt. Und zwar im Schnitt um den Faktor 4. Drittens, Hintergrundfunktionen reduzieren. Vieles wird nicht ständig benötigt, braucht aber Strom. Und Geräte so einstellen, dass sie schnell in den Ruhemodus gehen. Viertens, Geräte bei Nichtnutzung final ausschalten. Auch im Standby-Modus ziehen sie Strom. Am einfachsten geht das mit einer zentralen Steckerleiste. Viel Erfolg beim Energiesparen.